Hallo! Das ist der Simon. Das ist die Babsi. Und wir singen heute für euch wahres Glück aus dem Musical Rocky. Ja, wir sollen sagen, wie lange dabei sind. Gut. Ich bin seit 2014 bei den Musical Kids. Ich seit 2006. 14 Jahre. Also so ist das. So fühlt sich's an. Wie war es Glück? Es ist nur ein Raum, ist nur ein Stuhl. Ist nur ein kleiner Weihnachtsraum. Doch hören, wie du lachst. Dich da zu sehen, scheint mir so wie ein schöner Traum. Wie sagt man dazu? Gibt's Worte dafür? Wie nennt man das nur, das was ich spür? Sowas wie... 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 Sowas... Sowas wie... Dass du in meinem Leben bist. Dann sagst du, wer du bist. Ja, ich sage, wer du bist. Okay. Hallo. Ich arbeite da ein. Ach so, ich sage es zusammen, wenn es doch geht. Oder, und dann sage ich, das ist der Simon. Also, wir sind so... Was war das? Hallo. Wir sagen beide Hallo. Ich dachte, ja, aber dann sollten wir irgendwie miteinander Connection aufheben. Hallo. Ich habe es. Ich habe voll eingeatmet. Okay. Gut. Ach so, wir müssen noch sagen, wie lange wir dabei sind. Nee, wir machen es schneller als alle anderen. Weil wir sind auf dem Punkt. Das fand ich jetzt vollgestellt. Ich meine, das ist jetzt nochmal. Alles klar. So. So. と. Tie что, tie что? Tsch.